Wir sind's wieder, euer Mann und Bill. Wir sind gerade Lake Powell hier. Der Powell Lake. Ja, ja, und der Neikarschner Lot, Muxl, hat uns ja eingeladen, hierher. Und der Dachter, der hat uns heute die Yacht gegeben. Der hat nämlich heute, weißt du, mit so ein paar Mädels unterwegs, bei Shoppen und sowas. Der hat gesagt, wenn ihr meine Yacht haben wollt, 8x8 Meter, dann könnt ihr mal kurz nehmen. Und Metzlei-Auts, ja, alles da. Alles, alles dabei. Das Ding hier hinten, das kleine Pudel hier hinten, das hat 208 Späß hinten dran, wenn wir da aufjudeln. Das schwanns ja, und Paul hier weg. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. So, Herr Powell. Na gut, wir sind ja gerade gestrandet, wir haben gerade Picknick gemacht. Und wie ihr seht hier, ringsrum nur Felsen. Das ist schon fantastisch, was wir hier machen. Zum Glück, zum Glück, unseren Kollegen sind wir zum Glück losgeworden. Wie hieß der noch? Der Suzuki-Indianer. Der Suzuki-Indianer, zum Glück sind wir den losgeworden, weil das war ja so voll Depp. Und da sind wir wirklich froh, weil da hätten wir nicht mehr mit uns Deutsch reden können. Da konnten wir auch nichts beibringen. Da sind wir froh, dass wir den wieder los seien. So. Und so. Na ja. Schönes. Schau. Was ist denn? Was ist jetzt los? Mann! Mann! Das ist das Hässer hier! 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 Suzuki wieder! Suzuki! Da! Mann! Suzuki! Bill! Ah! Ah! Leag auf! Leag auf! Jetzt haben wir den Volldeppen wieder auf den Hals! Scheiß! Leag auf! Aaaaah! Gut! Das haben wir dem Ball gebracht! Leag auf! Gut! Leag auf! Jetzt versuchen wir den schnell wieder los zu werden! Wir melden uns später nochmal! Suzuki! Kei Suzuki gehen! Suzuki gehen! Huah! 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 Hu! 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 Jetzt haben wir mal los, Männer.